hallo und willkommen zu einer neuen folge vom game based podcast mein name ist nino und heute nehme ich wieder zusammen mit dejan auf hallo dejan hallo nino diesmal das erste mal glaube ich sitzen wir uns tatsächlich gegenüber ja also bisher haben wir über teams aufgenommen zusammen ja genau ja was besonderes sehen wir uns endlich mal ein zudem kann man so vor auch mal gesehen aber trotzdem freue ich mich drauf und bin mal gespannt hoffentlich macht sie gesprächsdynamik nicht kaputt genau wir möchten uns heute über ein thema unterhalten was eigentlich voll wichtig ist dass wir das auch mal ansprechen und zwar möchten wir heute über die computerspielschule reden beziehungsweise die computerspielschulen wo der podcast ja auch angesiedelt ist macht es natürlich absolut sinn mit dir als leiter der computerspielschule stuttgart zu reden und ich habe ja natürlich auch schon eine zeit lang in der computerspielschule gearbeitet habe hier mein praktikum gemacht als werkstudent gearbeitet und jetzt als podcaster und am besten fangen wir einfach mal damit an was ist denn eine computerspielschule überhaupt zunächst ist es ein toller zungenbrecher und eine tolle sprachübung die wir für den podcast nein es ist ein eine tolle idee ursprünglich in leipzig entstanden an der universität da ging es darum zu legen gerade bei dem thema computerspiele es sind halt die generationen komplett auseinander also bei kinder und jugendlichen sind computerspiele einfach ja teil des alltags teil ihrer freizeitbeschäftigung und schon in meiner generation jetzt komme ich ja super alt vor so in den 90ern war das jetzt nicht bei allen kindern jugendlichen es gab halt die die gespielt haben und umso weiter man zurückgeht umso ja sag ich mal war das eher so eine nische oder nischen hobby kann man sagen heute jetzt nicht mehr definitiv nicht mehr aber aufgrund dessen dass es eben viele eltern gibt die eben selber nicht viel mit computerspielen zu tun haben die idee war mit einem sehr positiven einstieg da ranzugehen also einfach nicht irgendwie computerspiele zu verteufeln und zu sagen ja das alles böse und ihr dürft jetzt nicht spielen oder sowas sondern einfach zu sagen hey das ist teil der jugendkultur aber auch inzwischen generell der medienkultur und da offen ranzugehen und auch eltern ein bisschen zu informieren aber auch kindern jugendlichen sage ich mal auch einen verantwortungsvollen umgang mit games beizubringen und auch eben auf kritische themen ja wie gewalt in spielen oder auch ja übertriebene spielzeiten etc geschäftsmodelle in spielen was jetzt auch in den letzten jahren immer komplexer geworden ist weil ich glaube die gaming industrie es gibt keine branche die noch kreativer darin ist und innovativer geschäftsmodelle zu entwickeln und zu schauen wichtigste wirtschaftszweig in deutschland der kulturbranche definitiv und das wird auch nicht abbrechen und selbst corona hat ihm ja keinen abbruch getan damals ist es in dem seminar in leipzig entstanden ein professor der inzwischen leider auch verstorben ist hatte diese grundidee und mit seinen studierenden das entwickelt und die haben das in leipzig auch etabliert also sie hatten dann einmal die woche oder zweimal zeitweise ein offenes angebot was bis heute noch kern jeder computerspielschule ist dass man einfach vorbeikommen kann gemeinsam spielen kann verschiedene spiele ausprobieren kann ins gespräch kommen kann auch als ansprechperson da ist einfach für eltern wenn sie um die fragen haben zu spielen aber auch mit den kindern gemeinsam mal spielen kann genau das gab es in leipzig ursprünglich auch schon und darüber hinaus eben noch die idee dass man event workshops oder auch eltern haben eine fortbildung et cetera rund um das thema gaming auch macht und diese kernidee jetzt mal so ganz kurz zusammengefasst verbindet eigentlich alle computerspielschulen die es heute gibt ich bin ja damals praktisch mit corona in die computerspielschule gekommen ich kenne das jetzt nur schon als schon gar kein projekt mehr ist ein fester bestandteil des stadtmedienzentrums und ich kenne es halt online sehr viele kinder sind da wenn wir dann offen haben durften waren auch immer viele kinder da wie war das denn damals also da da war gaming ja auch noch mal ein bisschen weiter weg von der gesellschaft wie war diese anfangsphase wie ist das aufgenommen wurden also ganz ehrlich habe auch selber nicht gedacht dass es so groß wird also ich kann mich erinnern als ich hier als referent im stadtmedienzentrum angefangen habe war dann so auch damals vom leiter also die ja man könnte mal für lehrkräfte weil ich mich so mit games auskennen ja mal irgendwie eine fortbildung anbieten zum ja gaming es gab keine anmeldung hat niemand interessiert das war so 2014 und dann 2015 16 als wir dann dieses projekt also damals noch projekt gestartet haben da hat man gemerkt okay war das thema auch schon so selbst im bildungsbereich ein bisschen angekommen ja die kinder spielen und nicht nur wenige sondern irgendwie alle und wie greifen wir das jetzt auf und wir haben uns eben an diesem ursprünglichen konzept aus leipzig orientiert haben gedacht okay wir wollen auf jeden fall auch so ein offenes angebot jeden freitag haben wir gesagt weil freitag zum einen hier bei uns die räumlichkeiten verfügbar sind zum anderen ist es auch gut am wochenende die kinder sind eigentlich schon der schule durch und freitagnachmittags woche ausklingen lassen genau da sind jetzt auch keine nachmittagsschule oder sonstige sachen normales angesiedelt und das soll ja auch so ein sehr ungezwungenes angebot dann sein und haben gesagt freitagnachmittags ist ja bis heute noch so ist unser offenes angebot und da haben auch am anfang drei leute gehabt noch zusätzlich also wir haben dann gesagt okay ich als schon damals projektleiter noch der computerspielschule ja bin auf jeden fall natürlich da aber ich kann das jetzt nicht alleine machen sondern für die betreuung ist es wichtig da noch leute dabei zu haben und ich muss mir an der stelle auch noch sehr bei stefanie grün bedanken das war damals meine kollegin mit der wir zusammen auch diesen antrag geschrieben haben und überhaupt dieses projekt ins leben gerufen haben weil sie hingegen tatsächlich in leipzig studiert hat und wirklich an der quelle war und ja wunder haben wir es auch geschafft dieses konzept auch wirklich sehr gut umzusetzen auch im antrag also das war am anfang mit dem projektantrag verbunden auch einzubringen und dann war die idee okay wir brauchen studierende sind natürlich da gibt es viele die sich mit gaming auskennen und entweder irgendwas mit bedienen was damals ja oder bis heute auch noch aktuell ist oder eben auch im pädagogischen bereich studieren und das war dann auch bis heute ist es so ein kern bei uns dass wir studentische hilfskräfte ja studierende die eben neben ihrem studium bei uns noch mitarbeiten und aber tatsächlich wirklich die computerspielschule geprägt haben und am anfang hatten wir drei leute der ilan ist einer von uns du kennst ja auch gut genau der ist jetzt bis jetzt tatsächlich dabei also ein komplettes studium und ist jetzt auch beim landesmedienzentrum hat eine stelle gefunden und wir müssen jetzt leider verabschieden also an der stelle auch ilan alles gute was aber nicht heißt dass er uns nicht weiter verbunden bleibt und damals noch die karina die ist jetzt in freiburg an dort in der stadtbibliothek hat aber auch hier das stadt mit aufgebaut und dann hat man auch den raband der jetzt auch in der games branche arbeitet selber auch als entwickler tätig ist und das war so das anfangsteam also waren im endeffekt drei studierende plus ich bloß die stephanie grün es war glaube ich im mai 2016 als wir die eröffnung hatten wir haben dann ganz viele spielestationen aufgebaut also am anfang waren es noch nicht so viele jetzt immer wieder zeit wo uns immer mehr dadurch dass auch immer mehr besucherinnen besucher kamen und kinder jugendliche dann zum spielen haben wir das ausgebaut ja aber von vornherein war die idee okay man hat spielestationen wo man einfach gemeinsam spielen kann und bietet dann darüber hinaus immer wieder auch workshops an damals haben wir schon sehr viel mit minecraft gemacht beispielsweise und haben das waren auch unsere ersten workshops auch in kooperation mit der stadtbibliothek wir haben ein real life let's play gemacht also wo denn die kinder die let's play videos dann natürlich kannten auch damals schon und gesagt haben wir hey cool wäre es mal das mit der kamera zu filmen und so zu tun als wäre ich jetzt in dem computerspiel und das dann wieder zusammenzuschneiden also riesen lustiges medienprojekt und auch sehr interessante ergebnisse können wir eigentlich auch mal wieder machen als workshop ja das ging halt jetzt sagen wir nicht wegen corona aber ja kann man tatsächlich wieder aufgreifen und so wurde das aber stückweise immer größer weil einfach die nachfrage plötzlich auch enorm da war weil dann kam pokémon go dann kann irgendwann mal fortnight und so weiter also irgendwie spiele und auch die lehrkräfte so oh gott die kinder die tanzen alle so komisch und die laufen jetzt über mit ihren smartphones rumjagen irgendwelche komischen dinge und so ja das ist keine sorge alles normal und dann haben wir dazu auch veranstaltungen gemacht also fortnight hatten wir einen riesen eltern abend hier bei uns im haus wo wir dann das thema aufgegriffen haben und so weiter es hat sich dann immer weiter auch thematisch ausgebreitet und immer mehr das interessante dass du am anfang gesagt hat dass das bei dieser lehrer fortbildung niemand da war ja tatsächlich ich mache das seit ein jahr wirklich für lehrkräfte die fortbildung und also ich mich hat es auch überrascht aber die gaming fortbildung war das was am meisten nachgefragt wurde und auch bei wenn es offen ist die anmeldung da sind die meisten leute tatsächlich mittlerweile dabei weil es hat so ein riesen wichtiges thema geworden ist vor allem seit corona dann noch mal und es ist eine basisschulung also das ist eine basisschulung ja aber der punkt ist wirklich basisschulung im sinne von es ist so wichtig als thema dass man es jetzt als basisschulung mit anbietet genauso ich weiß nicht was sind die anderen themen genauso wie wie bedient man das ipad für den unterricht was halt jetzt auch komplett relevant geworden ist seit dem lockdown oder das ganze die ganzen anderen medien kompetenz themen die einfach notwendig sind so grundlagen da ist halt gaming jetzt auch mit dabei ja ja also wie gesagt ich hätte es damals ehrlich gesagt selber nicht geglaubt dass es so groß wird das thema sie haben natürlich riesig gefreut das war ein herzensprojekt von anfang an für mich und du lebst den traum sagen wir ja immer wieder du hast dein hobby zum beruf gemacht in der besten art und weise wie man es machen kann ja definitiv also ich glaube auch so medienpädagoge im games bereich so wow ich meine das ist auch wieder das verrückte dass es diesen dieses berufsfeld gar nicht gab also medienpädagoge war schon zu meiner zeit als mein studium abgeschlossen hat schon recht ungewöhnlich und es war oft wie bei mir auch sind feiernsteiger die aus entweder pädagogischen oder aus medienbereich kamen und das jetzt gerade auch dieses game thema es ist immer noch vereinzelt also ich muss ganz ehrlich sagen ich kenne die leute in baden-württemberg oder selbst deutschlandweit kennt man sich schon so untereinander weil das irgendwie so ein netzwerk ist die sich damit beschäftigen immer noch aber die nachfrage ist immer größer wie du sagst und ich selbst muss auch schauen wenn ich jetzt mal eine anfrage nicht bedienen kann so wen frage ich denn da dann komme ich auf dich zu dann gibt es noch ein paar andere aber es ist tatsächlich interessant wie wichtig dieses thema einfach geworden ist aber wenn man sich dann anschaut wie wichtig auch games sowohl also das jetzt gemeint wirtschaftlich klar ist ein riesen markt geworden was aber heißt dass einfach viele das spielen und es ist auch einfach unglaublich innovatives medium was halt sehr prägend ist und natürlich wie alle medien ist es ja auch strahlte es ja auch also das ganze games thema findet sich dann wiederum bei irgendwelchen influencern let's playern bei social media wieder und so weiter es hängt ja alles irgendwie zusammen und deswegen also es finde ich jetzt nicht erstaunlich dass da jetzt sehr viel auch aufklärungs und bildungs und medienbildungs bedarf ist aber ich finde es cool dass wir als computerspielschule da so viel beitragen können und da wirklich inzwischen tatsächlich ein guter ansprechpartner geworden sind also ich bin erstaunt wer alles von wo auf uns zukommt und auch außerhalb von baden-württemberg teilweise außerhalb von deutschland genau schon international ja ja also und wir in stuttgart ich würde sagen so wie ich es mitbekommen habe jedenfalls von baden-württemberg haben wir die meisten leute die dann mitarbeiten bei der computerspielschule aber wir sind ja nicht die einzige in baden-württemberg gibt ja noch mehrere genau vielleicht fange ich da jetzt noch mal an wie es überhaupt zu den computerspielschulen in baden-württemberg kommen ist also wir haben ja gesagt in leipzig war so quasi die grundidee des konzept wurde entwickelt dann gab es daraufhin hamburg und greifswald die auch gesagt haben hey wer cool so eine computerspielschule aufzubauen und die lfk die ja auch diesen podcast mit trägt hat dann auch gemeint ja schade eigentlich dass in baden-württemberg nichts zu dem thema da ist und wir schreiben jetzt einfach mal drei startprojekt finanzierungen aus und sagen hey wir suchen drei standorte in baden-württemberg wo wir dieses konzept umsetzen können und mein chef kam damals auf mich zu ja also du kennst dich also mit games und sowas so aus willst du ja nicht so nicht klar natürlich bin ich voll dabei und für uns war es relativ unkompliziert dann auch ja diesen antrag auch so im rahmen dieses konzeptes und sowas auszufüllen und darüber hinaus gab es eben noch karlsruhe und freiburg interessanterweise also wir sind ja ein stadtmedienzentrum grundsätzlich dafür da dass wir schulen bei der medienbildung unterstützen aber in karlsruhe ist es in der offenen jugendarbeit angesiedelt in freiburg auch wiederum auch eher in so einem jugend beratungs bereich und also kann jeder schauen quasi wo diese computerspielschulen genau sind und es sind verschiedene ansätze die dann trotzdem auf dieses gleiche konzept zusammen laufen also diese grundidee dass man halt dieses offene angebot hat plus noch eben workshop und fortbildungs info angebote rund um das thema gaming dies bei uns allen gleich aber die umsetzung detail hat halt jeder irgendwie so für sich gemacht also karlsruhe macht zum beispiel ganz tolle ja wirklich arbeit in der offenen jugendarbeit dass sie auch jugendliche dauerhaft so mit einbinden die dann zum beispiel auch an alten heime gehen dort mit den seniorinnen und senioren dann games projekte machen weil das halt im rahmen der offenen jugendarbeit sich solche sachen gut umsetzen lassen wir machen sehr viel mit schulklassen und machen auch lehrer fortbildungen und so weiter also jeder hat so ein bisschen seine inhaltlichen schwerpunkte aber trotzdem noch dieses gemeinsame grundkonzept was dem ganzen drunter liegt ja wenn wir uns jetzt noch mal genauer angucken was so das angebot angeht du hast es vorhin ja schon erwähnt früher was minecraft jetzt mittlerweile ist es mein test ein angebot was auch während corona dann online funktioniert hatte wir hatten ja dann als alles zu war geguckt okay wie halten wir den kontakt zu den kindern wie machen wir das jetzt weiter da sind wir irgendwann auch von minecraft auf mein test umgestiegen also für die die nicht wissen was weder minecraft noch mein test ist das ist so eine art digitaler lego baukasten wo man verschiedene ressourcen abbauen kann sich neue sachen craften kann sachen zusammenbauen die kinder bei uns haben sich ja dann richtige stadt zusammen gebaut dann innerhalb dieses spiels alles in so einer klotz optik alles in so quadraten und genau früher war das ja mit minecraft was ja über microsoft läuft wenn ich richtig im kopf wenn ich richtig im kopf habe dass er auch seine probleme hatte genau wieso sind wir damals auf mein test umgestiegen ja du hast es eigentlich genau erwähnt also tatsächlich ohne jetzt microsoft bashen zu wollen aber war das problem wirklich dass also minecraft hatte schon von vornherein sehr coolen education modus und der war ursprünglich auch als minecraft quasi von microsoft aufgekauft wurde ging das über eine kleinere firma und das hat erstmal super funktioniert als wir hatten es bei uns im computerraum über diese minecraft education edition die wurde aber dann irgendwann nicht mehr weiter gepflegt und es wurde dann halt irgendwann auch die education version wurde dann von microsoft übernommen und die hatten dann jetzt mal ganz grob zusammengefasst die idee dass mit ihren also zum einen musste man natürlich minecraft lizenzen kaufen was grundsätzlich kein problem ist haben wir jetzt gekauft und wollten das etablieren aber die wollten dann personenbezogene accounts haben also wo dann die kinder quasi ihren account haben der im besten fall sogar noch oder ich glaube es war sogar die voraussetzung mit dem office 365 account gekoppelt also datenschutzrechtlich echt schwierig um es jetzt mal kurz zu halten vor allem weil ja auch nicht immer die gleichen kinder kommen und immer spielen und man hat noch nicht jedes mal lust einen neuen account für das spezielle kind anzulegen genau also so die idee war dass man sagt okay das kind was in der schule geht es kriegt dann office 365 account und kriegt dann zusätzlich noch ein microsoft also ein minecraft account ja schön gedacht auch wirtschaftlich ja ja ist wahrscheinlich nicht dumm wirtschaftlich ja aber funktioniert hat absolut nicht in der jugendarbeit vor allem halt auch nicht in deutschland und microsoft das war tatsächlich die aussage die ich dann inoffiziell bekommen habe bei so tagen so ja dann ist der deutsche markt halt nicht wichtig genug dass sie sich da an diese deutschen datenschutz und ja richtlinien da irgendwie anpassen sondern so von wegen ja hier das ist angebot nehmt oder macht halt nicht und tatsächlich ja fazit war in den letzten jahren hat sich halt mein test als open source variante von minecraft also variant ist halt ein eigenes spiel was aber sehr also auf den ersten blick sieht es auch aus wie minecraft bietet aber so ein bisschen eigene möglichkeiten fallen ist es halt wie sagt ein kostenloses spiel was auch auf open source basis beruht so dass man auch viel ausbauen kann also man hat viel mehr möglichkeiten das quasi selber auch zu verwalten also auch minecraft ist super zu modifizieren da gibt es ja auch unzählige mods aber gerade für den bildungsbereich und wenn ich sage ich will jetzt selber als bildungseinrichtung in den server stellen etc ist mein test einfach deutlich ja sag ich mal sicherer auch datenschutzrechte etc habe ich da einige vorteile und zumal es jetzt eben nicht diese account problematik hat die wirklich also leider hätte uns da microsoft eine sinnvolle lösung gegeben hätten wir die gerne aufgegriffen so standen wir echt ich glaube jahr lang habe ich da versucht irgendwie eine sinnvolle lösung zu finden bis wir dann irgendwann gemerkt haben die einzige sinnvolle lösung ist auf mein test umzusteigen und eigentlich um jetzt auf deine frage noch mal zu kommen wie so mein test dann auch so also wir hatten wie sagt minecraft schon von vornherein irgendwie drin dann hatten wir irgendwann gab es dann halt diesen lockdown ja muss ich jetzt auch nicht groß erläutern jeder weiß es noch leider was war denn damals ja und plötzlich so vor hatten wir irgendwie 50 60 jugendliche kinder freitags da und es war eine riesen aktion und alles und dann hieß es okay jetzt ist die computerschule erstmal geschlossen ja doof und wir es ja am anfang noch gar nicht so schlimm war weil der erste lockdown ging ja glaube ich zwei drei monate also dieser richtig ja und dann kam ja der lockdown der dann 2020 im november kam und dann standen wir da und wussten nicht okay wie lange dieser lockdown wird wahrscheinlich länger gehen und da hat uns mein test ja auch so ein bisschen den hinteren gerettet überhaupt online irgendwas anbieten zu können genau also es ging bei vielen glaube ich war es dann so dass man gesagt hat okay es wäre schön irgendwie ein online angebot zu machen und da war mein test wirklich das wo wir gesagt haben okay das haben jetzt schon vor ort sehr viel damit gemacht werden auch eine sehr also sehr tolle medienpädagogen dem fall den tamo und den christi das ja super auch schon vor ort betreut haben und dann gesagt haben okay wir können mit denen bestimmt auch eine art online angebot aufziehen und natürlich war es am anfang bis man dann auch an die kinder rankommt etc also es ist ja nicht so dass man da jetzt einfach irgendwie per mail schreiben kann hier bababa sondern man muss ja schauen dass man erst mal werbung macht wir haben auch mit plakaten bei uns an der tür so hey übrigens auch wenn die computerspielschule geschlossen war es war zu man konnte ja nicht mal irgendwie sagen wir machen jetzt groß werbung weil es waren ja auch alle zu hause genau so und dann haben wir ein plakat in die tür gehängt hey übrigens es gibt online die möglichkeit und dann als die schulen wieder aufgemacht haben und sagt sagt auch an kids die bei uns ja eh hier vor ort waren dass sie sich online zumindest einloggen können und freitags dann eben mein test mit uns spielen können und das haben wir dann auch mit einem sprach tool also mumble war auch so ein open source also gesagt vielen dank da auch noch mal an chris was die da quasi für ein paket zusammengeschnürt haben mit mein test also es kann man auch heute gesagt haben wir das ja hybrid das ist so das ende geschichte dass wir gesagt haben wollen auch das online angebot ja nicht aufgeben sondern bieten halt an mein test sowohl bei uns vor ort jetzt wo wir normal wieder offen haben als auch dann online mitzumachen werden das jetzt auch beim trickfilmfestival dass das auch auch wenn es natürlich mit man darf es nicht unterschätzen also der betreuungsaufwand ist schon groß aber es ist trotzdem toll dass wir dadurch auch kinder und jugendliche damals auch im lockdown erreichen konnten und jetzt auch die möglichkeit bieten jemand der jetzt nicht quasi herkommen kann jeden freitag oder so und trotzdem dann quasi an dem angebot mitmachen kann und wir nennen es jetzt auch also zurecht mein test story time das hat sich dann auch so entwickelt dass wir gesagt haben wir wollen jetzt nicht nur einfach die sollen nicht nur einfach bauen und sonst was was man auch schön in mein test machen kann sondern wir wollen das tatsächlich ein bisschen mit storytelling verbinden und das ist einfach eine herrliche geschichte also wer will kann sich den trailer bei uns auf der homepage anschauen da geht es dann um mopsi merol und also einen zauberer entführt von irgendwem genau genau also das wird schon die zweite staffel also der ersten staffel quasi im ersten jahr ging es darum dass man mopsi merol überhaupt findet er dann irgendwie die magie geholt und dann muss man auf eine andere insel hat dann erstmal ein schiff gebaut also es ist es wird super spannend und ja also ich bin auch sehr begeistert was von der story dahinter steckt und das funktioniert tatsächlich sehr gut da haben wir auch verdammt glück dass wir also das muss man hier auch noch mal betonen so viele gute hewis haben die sich wirklich sehr gut engagieren mit den stunden als wir haben jetzt auch nicht so viele stunden aber was was die zusammengekriegt haben zusammengebaut haben ausgedacht haben an kreativität im lockdown generell also das ist echt einfach beeindruckend und da kann man nicht genug danken dafür genau also werden zum glück auch diese möglichkeit dass wir nicht die leute feuern mussten sagen wir jetzt lockdown jetzt dürfen die nicht mehr kommen sondern was ja gemacht haben in der zeit auch genau sondern wir haben gesagt wir wollen unsere leute halten und wir haben ja die möglichkeit online sachen anzubieten und haben mal die energie dann wirklich in die entwicklung dieses online formats gesteckt und was halt dann super gepasst hat und dadurch ist halt eben diese mein test story time entstanden wir haben programmieren wir haben mein test aber was wir jetzt seit kurzem auch haben und was auch relativ cool ist ist eine kooperation mit den engines ein e-sport verein in stuttgart wo wir den ersten freitag im monat mit denen zusammentreffen dann kann man gemeinsam zocken mit denen auch mal reden über e-sport genau also e-sport ist ein interessantes thema weil eigentlich man muss schon sagen so in der hauptzielgruppe freitagnachmittags sind kinder und jugendliche sage ich mal zwischen sechs oder sagen wir zwischen acht und 14 jahren das sind so die die hauptsächlich dann freitags dann da sind und auch wie sagt deren eltern und freunde und wir haben gedacht so wäre eigentlich cool auch für die eltern was zu haben wir hatten zwischendrin hatten auch so die spieletester das war noch so vor corona die dann auch eigene review videos gedreht haben also die gibt es auch noch auf unserem kanal auch sehr cool war ein sehr sehr schönes projekt werden dem blog dann haben wir dann solche sachen leider auch ein bisschen einstellen müssen und wäre mal gedacht so gerade für die eltern gut ja kam auch noch für vr und beatsaber und so haben sie auch bei uns gespielt als gab immer wieder auch ältere die dann gegen später am nachmittag vorbeikommen aber das thema e-sports hatte ich dann eher auch aus externen anfragen auch politische anfragen wo gesagt hat ja hey es wird halt immer relevanter also es wurde ja auch diskutiert ob es als olympische disziplin gelten sollte und dann dieser ewige streit da drumherum und es die fußballvereine die sich überlegen ja hier dann e-sport teil mit fifa glaube ich wo sie dann spielen genau der vfb hatte da leute und es ist ein großes thema was wie gesagt auch politisch gefragt wobei bei einer politik wird leider oft nicht unterschieden zwischen gaming und e-sport und es wurde oft immer vermischt und einen topf geworfen und ich war da auch bei unzähligen diskussionen irgendwie so mit dabei und fand es super spannendes thema aber ich selbst bin jetzt kein e-sportler deswegen war es auch so okay wen können wir da denn fragen um auch dieses thema bei uns mit rein zu nehmen und auch ein angebot für ein bisschen ältere jugendlich oder auch junge erwachsene zu haben oder auch ganz alte leute also ich war das letzte mal wo ich da war habe ich auch gesehen ich würde sie jetzt auf 60 70 schätzen ja das letzte mal da waren die haben auch mit uns zwei stunden lang gezockt und waren voll fasziniert und dann haben wir ein spiel nach dem anderen ausgepackt und die haben das mal ausprobiert genau also das ist generell bei computerspielschule ist die idee also man kann nie zu alt sein und wer einfach mal in diese gaming welt auch ein schnuppern möchte und so da sind wir auch natürlich gern dabei sowohl weil wir auch mit bettina wegen das geredet haben also gaming eignet sich super auch mit alten leuten irgendwie in kontakt zu bleiben selbst wenn sie demenz haben oder sowas heißt dem sind keine grenzen gesetzt weswegen dieses zusätzliche angebot auch noch mal für ältere auch echt gut ankommt das wäre auch ein thema für sich was wir auf jeden fall noch mal eingreifen können also wie das ist und wie in karlsruhe haben sie da auch ein tolles projekt was oder in dem fall ein tolles angebot was sie da mit altersheim zusammen machen aber zurück zum e-sport also wir haben dann damit eben gedacht okay wen können wir da ansprechen da war ich schon seit längerem in kontakt mit den engines das ist hier ein lokaler e-sport verein wo ja auch jemand aus der css familie tätig ist wie so ist ja plötzlich genau also auch der simon lebner der auch schon lange bei uns dann quasi als hivi dann war ist auch bei mit begründer der engines da gewesen und ist auch noch im verein und auch noch der chris also auch ist bei uns jetzt aktuell sowohl bei den engines als auch bei uns mit drin und da waren eh die verknüpfungen da und dann haben wir gesagt okay gerade dann ich weiß nicht nach welchem lockdown also irgendwann haben wir gesagt so jetzt zur wiedereröffnung wollen wir auch ein e-sport angebot und wir haben das dann als e-sport meet and greet tituliert also einmal im monat der erste freitag im monat immer dann abends also nach der computerspielschule die normalerweise bis 18 uhr geht und dann machen wir kurze umbaupause und dann ab 18 30 gibt es dann explizit eben dieses e-sport angebot was dann ab 14 jahren ist weil wir auch sagen spiele gespielt werden teilweise die halt dann für die jüngeren nicht mehr geeignet sind ja wobei zum beispiel da tatsächlich ihre spiele ab zwölf dann da sind also die beliebtesten genau also auch mit league of legends und so weiter wobei die spielen auch oft dann mario kart oder also wir hatten auch mal kartonide also da ist jetzt auch nicht so dass die krassen baller spiele nur gespielt werden sondern es ist genau grundsätzlich im prinzip muss man glaube ich jetzt nicht dazu erwähnen aber eine computerspielschule müssen wir natürlich und achten wir natürlich auch ganz streng drauf dass wir die usk einhalten und das natürlich altersgerechte spiele gespielt werden und wir auch da gute empfehlungen geben können und so weiter also das ist so nein rechtlich jemanden auge drauf hält auch also ja dass die kinder spielen dass die eltern beruhigt ihre kinder hierher schicken können das sind altersgerechte spiele das ist pädagogisch betreut und so weiter und das wissen viele eltern eben sehr sehr zu schätzen und die sind oft dann am anfang so mit dabei aber irgendwann also jemand der sein leben lang nicht gespielt hat er wird jetzt auch nicht zum league of legends profi oder sonst was also wahrscheinlich genau wahrscheinlich nicht die aber es ist trotzdem wichtig einfach mal zu sehen wie das ist und auch vielleicht gemeinsam das mal auszuprobieren aber im zweifel auch darauf vertrauen zu können okay hier haben wir ein pädagogisches angebot und dass das passt so wie die kinder spielen und für fragen sind wir natürlich immer offen und genau das e-sport angebot hat es dann super ergänzt also dass wir dann eben auch für ältere ein bisschen was haben und gerade auch sind auch viele studierende die dann eben natürlich das da auch interessiert sind und ja das ist auch immer gut besucht und da merken wir dass die engines haben natürlich auch ihr eigenes netzwerk was sie noch mit einbringen und es eine hervorragende kooperation oder auch gemerkt haben ja klar warum eigentlich also nachhinein warum nicht schon früher ist klar dass wir da auch diesen themenbereich damit abdecken können und da auch super ansprechpartner haben und ich glaube du hast auch vor mit denen auch mal zu reden ich bin schon wir besprechen gerade für die dann irgendeine folge die demnächst kommt dann über e-sport auch noch mal zu reden so als verein und dann auch als mögliche berufschance und wie genau das dann abläuft genau heißt es von den engines werden wir auch noch mal ein bisschen mehr hören definitiv also genau da freuen wir uns auch schon drauf auch etwas was wir oder was ihr wahrscheinlich damals gut ich bin ja erst erst seit zwei jahren dabei ein bisschen mehr damals nicht gedacht hattet war dass wir dann auch in die richtung cosplay gehen werden etwas was jetzt auch durch das engagement von unseren hivis dann entstanden ist und da kann ich vielleicht durch lucy sprechen die das so ein bisschen angestoßen hat die jetzt auch die ersten workshops beim freitags angebot gehalten hat wo man dann eigene harry potter zauberstäbe basteln kann kann man sich auch online angucken hat sie auch ein tutorial hochgeladen wie man das auch zu hause machen kann kann man aber natürlich auch hier machen mit den materialien die dann vorbereitet sind oder auch ein creeper kopf zusammen basteln kann und natürlich tipps dafür wie man noch andere cosplay kostüme machen kann sind doch jetzt noch sehr viele sachen angedacht da mal gucken wie weit sich das entwickeln wird ja wir haben ja diesen super tollen makerspace also das ist ja auch ein bisschen der luxus den wir hier in den räumlichkeiten haben zum einen haben wir ein riesiges foyer wir haben großen filmsaal und wir haben im keller tolle makerspace räume da ist eine holzwerkstatt dabei eben also wenn man auch holzbearbeitung also zauberstäbe etc kann man auch dort bearbeiten wir haben tonstudio unten drin und wir haben eben dann diesen makerspace wo man dann auch mit heißkleber mit löt kolben mit allem möglichen auch arbeiten kann alles drucker genau also 3d druck und cosplay natürlich auch die idee so kannst ja wirklich jegliches motiv dann irgendwie dann ausdrucken dann anmalen und so weiter also das wollten wir in dem fall das gaming thema mit dem makerspace verbinden und da war cosplay einfach so ein schönes bindeglied und ich bin auch super erstaunt wie sich das entwickelt also da ist auch wieder dieses engagement von einzelnen mitarbeitern die das dann so mal eingebracht haben ja das passt ja perfekt rein und eben sagt in dem fall die luci tolle sache und was wir da auch also wir da ein bisschen was sehen möchte also zum einen natürlich auf unserer homepage aber auch seit kurzem also seit kurzem für mich gefühlt seit kurzem sind jetzt auch schon ein paar monate haben wir den instagram kanal genau also auch immer wieder die cosplay sachen die entstanden sind also da uns gerne auch folgen computerspielschule stuttgart also unterstrich stuttgart glaube ich ja genau und ja da kann man dann immer aktuell sehen was bei uns so abgeht und was wir so workshop mäßig machen also auch wenn es irgendwelche neuheiten gibt also wir haben zum beispiel auch fahrsimulator und flugsimulator immer wieder im einsatz also simulator klingt jetzt ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einer pilotenausbildung bei lufthansa aber es ist schon ziemlich akkurat mittlerweile geworden also klar ist das jetzt keine ausbildung aber so zu üben ist das gar nicht so schlecht genau also wenn man jetzt sämtliche automatismen sowas aufstellt also ist ja der flight simulator von microsoft in dem fall auch was gutes über die zu erzählen wobei die installation auch wieder schwierig war aber das ist ja geschichte für sich genau aber den haben jetzt auf jeden fall zum laufen gebracht und eben auch mit einem sehr professionellen flight stick also richtig so metall ja ich glaube da ist auch einem echten flugstick nachempfunden und auch mit pedalen und so weiter also wer das sowas ausprobieren mag kann das jetzt bei uns auch natürlich machen ja auto fahrsimulator lenkrad und so weiter haben wir natürlich auch das ist auch immer euro truck simulator ich habe nie gedacht also die kinder wie sehr die lieben lkw lkw durch europa zu fahren habe ich niemals gedacht und das sind dann auch kinder die dann jedes mal direkt zu dieser zu dieser konsole gehen mit dem mit dem lenkrad und dann immer ja ich will jetzt mit dem truck irgendwo rumfahren es ist ja auch ziemlich akkurat gemacht und ich dachte mir immer so ich fände das voll langweilig aber die finden das voll cool mega und auch der landwirtschaftssimulator wird bei uns auch gespielt also man ist ja selber teilweise überrascht so welche spiele dann plötzlich auch gerade bei kindern also das landwirtschaftssimulator seine faszination hat keine frage aber dass gerade kinder natürlich klar ist geil mit einem riesen trecker oder mit einem mähtrescher so über ein feld zu ziehen und da seine sachen zu machen und also wir sind da auch immer sehr offen und schauen immer was wir da quasi für spiele mit einbringen können und es geht uns nicht darum die kinder hier noch mal in fortnite spielen sie zu hause etc deswegen ist er darum okay was kann man auch zeigen gemeinsames spielen ist super wichtig ja also es ist wir selber lernen ja auch immer wieder dann dazu was was gerade da ist du hast vorhin kurz erwähnt gehabt dass ja auch ein riesen faktor ist bei den computerspielschulen dass man gemeinsam zockt und da habe ich für dich du hast das jetzt auch noch nicht davor gehört gehabt du weißt gar nicht dass das jetzt kommt ich habe moni gefragt die ja auch schon ewig bei der computerspielschule ist wie für sie das praktikum damals war die ganze arbeitszeit und wie sie die computerspielschule wahrgenommen hat und das würde ich dir jetzt gerne vorspielen ja vor allem die computerspielschule es war ziemlich cool da so jeden freitag zu sehen wie gleichen kids woche für woche wiedergekommen sind und sich gefreut haben einen zu sehen ja das hat halt auch irgendwie gezeigt dass die computerspielschule super wichtig auch in dem umfeld ist weil ja sich einfach kinder und jugendliche dort gemeinsam treffen können und so ein ort haben auch so ein treffpunkt haben wo sie auch zocken können ich meine vielleicht haben das auch nicht alle so zu hause oder haben nicht die möglichkeit dafür oder ein junge hat zum beispiel mal zu mir gesagt ja minecraft alleine zocken kann ich ja auch zu hause ich komme hierher weil hier auch andere sind mit denen ich das zusammen spielen kann so genau das hat mir halt auch gezeigt wie wichtig eigentlich das stadtmedienzentrum und auch die angebote dort im umkreis sind geht einem das herz auch ja also wirklich klar moni ist für uns ja schon einfach fester bestandteil unserer crew und es ist aber schön das von ihr zu hören und es ist erstaunlich genau das was sie sagt also man hat ja wirklich kinder hier groß werden sehen und auch wir wollen ja niemanden irgendwas aufzwingen oder aufdrängen also es geht hier nicht darum die kinder jetzt quasi dazu zu zwingen irgendwas zu programmieren sondern die sollen einfach ganz intrinsisch motiviert so hey das worauf sie bock haben machen sie und man merkt wirklich bei kindern dass sie dann wirklich auch das suchen dieses wollen ja lernen die wollen ja was irgendwie darüber erfahren die wollen darüber diskutieren und kommen dann völlig ungezwungen auf diese ganzen auch sage ich mal pädagogisch wertvollen und auch bildungstechnisch gewollten es ist nämlich nicht nur zocken genau eben es ist nicht nur zocken und dieses gemeinsame spielen das will ich auch nicht unterschätzen ist auch wichtig weil viele können auch zu hause dann nicht gemeinsam oder auch nicht mehr mit den leuten und auch so mit der betreuung spielen und das ist tatsächlich auch was was bei den lehrer und lehrerinnen fortbildung dann immer das ist was den so richtig krass klar wird vor allem wenn wir dann das thema e-sport angucken und dann sehen so es gibt volle stadien mit leuten die zugucken wie leute zocken dass während corona das eine der wenigen möglichkeiten war irgendwie kontakt zu halten weil alles zu war und man auch nicht mehr wusste was man aus langeweile machen soll spazieren gehen wir ja auch irgendwann blöd spielplätze waren abgesperrt und das war eine der möglichkeiten wie viele leute einfach gesocialized haben und dieser dieser community faktor der dahinter steckt auch das mit dem cosplay was wir gerade angesprochen haben dass leute sich zusammen treffen über diese sachen reden kostüme nachbasteln dass als hobby in einen verein gehen wie zum beispiel zu den engines das ist etwas was dann den lehrkräften auch voll oft erst nach seiner basisschulung klar wird so okay das ist nicht nur das eine kind was im keller sitzt und alleine spielt sondern so wie dieses kind zu moni gesagt hatte ja alleine spielen kann ich auch zu hause und ein großer teil ist es dass man die sachen zusammen erlebt so wie man zusammen einen film guckt oder sich über bücher austauscht nur dass das bei gaming eben immer so stereotypisch ein bisschen verpönt war sehr sehr lange weil es halt so ein volles nischen ding war ja ja also ich versuche immer dann irgendwie vergleiche zu finden auch mit büchern also wenn man sich überlegt es ist überhaupt nicht verpönt wenn jemand einen roman liest oder ähnliches aber auch und auch jeden tag irgendwie vier stunden liest da sagt ja niemand was aber der punkt ist auch bei büchern wenn ich harry potter anschaue jeder redet über harry potter da ist es nicht nur das lesen sondern es ist das leben der geschichte klar für sich einen persönlich ist es wertvoll aber es macht alle millennials nostalgisch über harry potter zu reden und das das ist natürlich auch eine leistung absolut und das kann gaming eben auch und sich auch darüber auszutauschen und das ist genau der der faktor dass bleiben soziale wesen und wollen immer auch drüber leben drüber reden und das besondere an computerspielen ist was man ja verschiedenen die spielen kann also zum einen gibt es spiele wo du verschiedene lösungswege hast du kannst aber auch einfach verschiedene sachen finden du kannst und sich darüber auszutauschen ist einfach toll und darüber halt auch diese gelegenheit zu nutzen weil sie kinder jugendlich ja so gerne auch über spiele reden das aufzugreifen und dann aber auch wie gesagt auch kritische themen anzusprechen und da stößt man keineswegs und das wiederhole ich zwar jetzt an dem fall noch mal aber ich finde es einfach so erstaunlich dass man da überhaupt nicht irgendwie auf eine mauer stößt und die dann sagen nee ist doch also die wollen da nicht irgendwie kritik hören oder ähnliches sondern die merken ja selber was was da schwierig ist und wo man tatsächlich noch ein bisschen einfach wo sie auch wirklich pädagogische begleitung suchen und da ja können die eltern halt manchmal können sie da was bieten es gibt ja viele eltern die selber auch sich bei spielen auskennen und die machen das schon ganz gut aber auch bei eltern die jetzt nichts mit dem thema zu tun haben die brauchen halt ansprechpartner und deswegen computerspielschulen ja es klingt total doof für sich selber der werbung zu machen aber ich merke einfach das konzept geht halt auf also es wird so oft nachgefragt und es wird auch so dankbar angenommen und deswegen als ich feiere das wirklich als ich merke wie innerlich es bei mir aufgeht wenn ich merke okay das geht auf und wir machen wirklich was was auch seinen sinn hat und auch wirklich gewollt ist und wo die nachfrage da ist und die eltern das wirklich zu schätzen wissen genau und wir haben jetzt sehr viel über die computerspielschule in stuttgart geredet aber falls man irgendwo anders in baden württemberg sitzt es gibt auch noch woanders computerspielschulen und zwar genau ein zum einen die hier in stuttgart wo wir jetzt tätig sind wo auch der podcast produziert wird dann haben wir noch karlsruhe filstal heidenheim freiburg und zollern alpkreis vielleicht hat man ja das glück und wohnt irgendwo in der nähe und kann sich das konzept dann auch mal in echt angucken aber auch außerhalb von baden württemberg gibt es welche genau also hatten wir am anfang auch gesagt und ja also außerhalb hatte ich ja gesagt hamburg greifswald diesen ja ganz lange schon mit dabei also in hamburg ist gekoppelt an die initiative creative gaming da ist jetzt viel los und zollern alpkreis sind jetzt auch gerade bei sich da auch ein bisschen dezentral aufzubauen also jede computerspielschule hat so ein bisschen ihre eigenen herausforderungen also zollern alpkreis sehr ländlich also da gibt es jetzt nicht also stuttgart wir haben den vorteil dass wir halt irgendwie als metropole sage ich mal hier in baden württemberg tatsächlich da viel zusammen läuft aber gerade auch alle in stuttgart relativ gut und schnell hierher kommen genau also bei uns selbst genau kein problem da kurz mit der bahn herzukommen aber wenn man jetzt im ländlichen raum ist soll man alpkreis hat dann ganz andere herausforderungen aber selbst die versuchen das irgendwie anzupassen und wir versuchen und da auch ein austausch zu bleiben und haben uns erst neulich mal wieder getroffen tatsächlich erst mal nach der corona pandemie so ein bisschen netzwerk treffen der computerspielschulen auch dank der lfk die da auch ein bisschen immer wieder schaut dass wir da auch im austausch bleiben und haben jetzt auch so ein paar ideen sage ich mal ich weiß jetzt nicht wie genau also wie viel ich da jetzt wollen will aber so nächsten ein zwei jahren wollen wir das ganze natürlich noch ein bisschen stärker noch vernetzen auch gemeinsam irgendwie projekte machen vielleicht ein festival also es gibt ja in verschiedenen bundesländern schon game festivals also ganz groß auch das playfestival was jetzt irgendwie im herbst ist natürlich gamescom ist jetzt kürze am starter ist auch der spieleradgeber in erw der zwar kein nicht computerspielschule heißt aber eigentlich genau diese pädagogischen konzepte ja schon ganz ganz lange macht mit denen wir auch sehr gut im austausch sind also es gibt wie gesagt so langsam poppen so die themen überall in deutschland auf und trotzdem sind wir auch sehr stolz dass gerade jetzt in stuttgart natürlich auch ja erstaunlich groß geworden sind in der zeit und auch so viele sachen anbieten kann tatsächlich genau und auch das glück haben dass wir natürlich auch die unterstützung des medienzentrums in der stadt haben und eben der elfk das ist halt leider nicht selbstverständlich also leipzig auch wenn sie die ersten waren leider soweit ich weiß ist da das projekt ausgelaufen also die haben dann versucht dann noch so kleinere sachen zu machen aber ja wie es so ist also man muss ja immer bei solchen sachen schauen wie man dann auch gefördert wird und was dahinter steckt also ich bin sehr gespannt wie sie es jetzt in den nächsten jahren weiterentwickelt also unser podcast projekt ist jetzt auch ein herzensding geworden wo wir jetzt auch erst mal so richtig drüber reden können und ja es war schon wirklich mal an der zeit nachdem jetzt die erste staffel komplett sage ich mal schon wichtige themen angesprochen haben aber überhaupt mal zu erklären was die computerspielschule überhaupt ist genau genau falls jemand lust hat sich das konzept anzugucken kann man sich das bei den computerspielschulen ansehen es ist glaube ich nicht immer freitags in stuttgart ist es freitags das kommt dann darauf an ich werde es dann auch noch mal in der beschreibung verlinken die seiten von den anderen computerspielschulen und falls man vielleicht lehrkraft ist und bock hat auf die basisschulung gaming mediale lebenswelt von schülerinnen und schülern dann kann man sich das entweder online angucken beim landesmedienzentrum da wird es immer wieder angeboten mache dann entweder ich oder eine meiner kolleginnen und kollegen oder wir kommen auch an die schulen es müssen nur mindestens drei leute sein die angemeldet sind und dann kann man diese themen die wirklich auch auf basis der erfahrungen von den computerspielschulen gesammelt wurden ansprechen und jetzt haben wir auch noch neuerdings sachen dazu getan wie game konzeption und dann auch wirklich was ausprobieren mit den lehrkräften damit sie das auch als multiplikatoren weitergeben können noch eine sache bevor es vergessen auch games im unterricht ist noch eine wichtige plattform haben wir vielleicht an ein paar stellen schon erwähnt das ist auch so in der zusammenarbeit der computerspielschulen entstanden dass wir überlegt haben gerade hier in stuttgart weil wir sehr viel an schulen sind welche spiele sind denn wirklich für den unterricht geeignet und auch da klar schauen wir dass wir sehr eng mit der redaktion von games im unterricht da uns austauschen und ja der podcast ist ja auch da auch zu finden und insofern auch ausführlicher in folge in allerersten folge darüber geredet habt geredet über die konzepte über serious games genau so falls man da auch interessiert kann man da mal reinhören ich glaube jetzt haben wir tatsächlich alle angebote alles haben wir also wir hoffen dass wir alles gut erklären konnten sonst kann man sich natürlich auch alles nochmal auf unserer internetseite durch lesen oder auf unserem instagram kanal angucken oder auf unserem youtube channel heißt wir sind mittlerweile sehr sehr gut aufgestellt genau oder mit uns kontakt aufnehmen oder mit uns kontakt genau entweder über den podcast oder über die computerspielschule at lmz-bw.de ist unsere adresse genau und dann können wir auch noch mal direkt beraten einige der themen die wir jetzt angesprochen haben werden wir später auch noch mal detaillierte aufgreifen zum beispiel das mit den engines was wir vorhin erwähnt hatten dem e-sport verein und wir werden uns auch auf der gamescom sehen falls ihr da sein werdet dann können wir vielleicht doch mal in echt reden genau ansonsten wenn ihr interesse habt auch an den themen die wir jetzt angesprochen haben die in den alten folgen waren könnt ihr gerne noch mal reinhören und dann bis zum nächsten mal bis dahin bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal